Servus liebe Trader, in diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Aktienrankings der führenden Screener Software von TraderFox spannende Aktien mit einem überzeugenden Piotrowski F-Score finden könnt. Joseph Piotrowski hat hier ein Scoring-Modell entwickelt, das sich vor allem zur Bewertungsanalyse von Value-Aktien sehr gut eignet und gerade jetzt, wo die Zinsen steigen, wir ein unsicheres Wirtschaftsumfeld haben, da werden viele Unternehmen einem zusätzlichen finanziellen Stress ausgesetzt und dieser Score soll dabei vor allem helfen, Aktien zu finden, die besonders gut, also gesund aufgestellt sind, finanziell betrachtet oder sogar bei denen eine mögliche Insolvenz drohen könnte. Ich bin hier auf rankings.traderfox.com, logge mich jetzt hier kurz ein und dann können wir unter den vorgefertigten Templates hier auch den erwähnten Piotrowski F-Score nutzen. Hier ist das Ganze nochmal ausführlich erklärt, was hat es damit auf sich. Joseph Piotrowski hat zum Beispiel im Zeitraum 1976 bis 1996 eine Outperformance von etwa jährlich 7,6% erzielen können durch seine Bewertungsmethode und 9 Punkte gibt es zu erzielen. Ich zeige euch gleich mal, wie sich dieser Score zum Beispiel auch zusammensetzt und wir schauen einfach mal, welche spannenden Aktien jetzt hier auch ausgespuckt werden. Vorausgesetzt wird hier ein Wert, also 9 Punkte gibt es insgesamt, 7 davon müssen mindestens erfüllt sein, damit die Aktien hier aufscheinen. Wir finden hier zum Beispiel Aktien wie eine McDonalds, ist nach wie vor eine sehr spannende Aktie, die jetzt hier zum Beispiel 9 von 9 Punkte auch erfüllen kann. Was wird da unter anderem auch noch als Wachstumstreiber gespielt? Es handelt sich ja bekanntermaßen auch um einen Immobiliengiganten, der 68% über Mieteinnahmen erzielt. Jetzt geht es auch immer mehr Richtung Automatisierung des Vertriebs, Lieferdienste sollen forciert werden. Mitunter gibt es da auch die Chance, zum Beispiel sich mit Roboter-Services besser aufzustellen. Uber hat da jetzt gerade, der ja auch schon Kooperationspartner ist, spannende Pilotprojekte auch gestartet, könnte dafür eine Kooperation, die ausgeweitet wird, auch in Frage kommen. Und dieses Unternehmen auf jeden Fall nach wie vor auch für Investmentdepots ein sehr interessanter Kandidat. Ich kann mir diesen Score auch immer sofort anzeigen lassen. Ich klicke einfach mal hier auf 9 von 9 drauf. Dann kommen wir zum Aktienterminal. Und wenn ich hier jetzt auf Daten klicke, dann kann ich diesen Biotrowski F-Score sofort auch einblenden lassen. Ich scrolle da noch ein wenig nach unten. Hier haben wir es auch aufgeschlüsselt. Überall gibt es ein grünes Häkchen. Die Punkte sind erfüllt. Es geht vor allem um die Profitabilität, um den Verschuldungsgrad, um die operative Effizienz. Vielleicht kurz erklärt. Wir brauchen eine positive Kapitalrendite für das laufende Geschäftsjahr. Der Kapitalrendite ist hier erfüllt. Auch der operative Cashflow ist für dieses Jahr positiv. Die Kapitalrendite soll steigen. Also im Vergleich zum vorherigen Jahr. Zu diesem Jahr ist das auch hier der Fall. Der operative Cashflow soll über dem Jahresüberschuss liegen. Auch das haben wir hier. Und dann auch ganz interessant, wie sieht es mit dem Verschuldungsgrad aus? Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Wie finanziert es sich? Hier geht es vor allem darum, dass die Fremdkapitalquote gesunken sein soll. Die Eigenkapitalquote gestiegen sein muss. Die Liquidität soll steigen. Ist das der Fall, dann ist vor allem das Risiko geringer, dass vor allem auch kurzfristige Verbindlichkeiten zu einem größeren Problem werden können. Und auch die Aufnahme neuen Eigenkapitals soll hier gering sein. In diesem Fall sogar überhaupt nicht der Fall gewesen. Da geht es vor allem auch darum, dass Kapitalerhöhungen zum Beispiel zu Verwässerungen der Aktien führen. Preissetzungsmacht bezogen natürlich auf die Margen. Können die gesteigert werden? Ist jetzt natürlich auch ganz interessant. McDonalds zeigen auch die Bruttomargen. Kann mit der Inflation sehr gut umgehen. Schafft es auch ganz gut, die Preissteigerungen an die Konsumenten weiterzureichen. Und als letzter Punkt soll auch die Produktivität gestiegen sein. Also der Kapitalumschlag hier im Vergleich zum Vorjahr. Neun von neun Punkten, wie gesagt. Beim Aktienterminal kann ich mir das immer ganz genau anzeigen lassen. Wenn ich hier jetzt noch eine weitere spannende Aktie zum Beispiel finden möchte. Interessant ist zum Beispiel auch weiterhin die Aktie von HP, die jetzt hier das offene Aufwärtsgap geschlossen haben könnte. Die Aktie ja auch schon seit Ende des letzten Jahres in einer Konsolidierung gefangen. Ist jetzt durch den schwachen Gesamtmarkt auch nochmal unter Druck gekommen. Ist mit einem KGV von unter 8 jetzt mittlerweile auch schon sehr moderat bewertet. Da gibt es auch weiterhin sehr interessante Treiber. Zuletzt auch wieder überzeugende Quartalszahlen. Für Aufmerksamkeit hat ja vor allem das Investment von Berkshire Hathaway gesorgt im April. Warren Buffett hat gekauft ganze 121 Millionen Aktien, was 11,4 Prozent der Anteile entspricht. HP verkauft ja vor allem auch Computer. Hat Wachstumschancen beim industriellen und auch beim 3D-Druck. Was die Computersysteme betrifft, da ist der Umstieg zu Windows 11 immer noch ein Wachstumstreiber. Firmen kaufen vor allem weiterhin Notebooks, Computer, weil einfach neuere Hardware benötigt wird, um auf dieses Betriebssystem umsteigen zu können. Und auch die Übernahme von Poly hat es zuletzt auch gegeben. Da verstärkt man vor allem sein Portfolio mit Webcams und anderen Produkten, die für virtuelle Meetings benötigt werden. Viele Büros sind da noch nicht videotauglich, wie man sagt. Und da findet man entsprechend jetzt auch positive Synergieeffekte vor. Man kann sich hier vor allem bei Value-Aktien, die zuletzt auch wieder abgestraft wurden mit dem Gesamtmarkt, neue Inspirationen holen. Und dann mit dem Piotrowski F-Score nochmal genauer feststellen, wie sieht es mit der, sagen wir mal, finanziellen Gesundheit des Unternehmens auch aus. Wie gut ist es aufgestellt in der aktuell anspruchsvollen Marktphase. Ein solches Screening könnt ihr durchführen, wenn ihr das Morningstar Datenpaket habt. Einfach mal auf rankings.traderfox.com schauen, dort gibt es alle Informationen dazu. Ich verlinke euch auch nochmal ein Anleitungsvideo in der Beschreibung, wo ich euch den gesamten Produktumfang zum Abo aufzeige. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und dann natürlich viel Erfolg mit euren Trades. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und dann noch ein Anleitungsvideo in der Beschreibung. K. 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 K.